Thomas, wollen Sie die hier anwesende Klara zur Frau nehmen? Der Gedanke, eines Tages mit Gott zu schlafen? Er ist schuld, Mama! Wer ist das? Gott, eure Mutter. Gott ist eine Frau? Klar, Gott ist eine Frau, Trottel! Du hast ihn, oder? Nein! Doch, du bist voller Hass. Nein, das stimmt nicht. Das hast du verdient, du Schwein! Thomas, was hast du getan? Äh, nichts. Es war schon so, als ich kam. Und das ganze Blut an dir? Hältst du mich für blöd? Ist das der Hamburger mit Ketchup, den du gegessen hast? Äh, das, das, ähm, das wollte ich dir gerade erzählen. Gott ist also männlich und weiblich. Eine Tunte. Hört an, Trottel! Wir bringen die noch um. Er verdient es. Was hat er getan? Er ist schuld, Jesua. Ja, er hat seine Frau betrogen. Ja! Seine Frau betrogen? Rexka! Stopp! Halt! Mal ehrlich, Mädels, wer von euch hat doch nie einem anderen Mann auf dem Punkt? So. Ja oder nein? Ja. Er hat ja gesagt. Ich, ich, ich will sie hören. según mach Robert. Ich, ich will sie hören. Ich, wenn 주�ungen bistler, aber euch hat das, äh, das ist glaube ichliche Stof. Untertitelung des ZDF, 2020